Wer bist du? Ich komme aus dem Himmel. Wieso würde die Mutter Gottes gerade dir begegnen wollen? Was soll an dir so besonders sein? Ich komme wegen der Seherin. Es werden immer mehr Menschen. Das muss aufhören. Wir kommen wegen unserer Kinder. Zurück! Ich hab ihn zu meinem Trink! Wann hört das endlich auf? Alles, was du sagen musst, ist, ich hab das nur erfunden. Es ist so schade, dass sie sie nicht sehen können. Das Wunder von Fatima. Im Kino. Das Wunder von Fatima. Untertitelung des ZDF, 2020